Und sie ist im absoluten Endstadium. Kleine Dinge werden auch verändert, aber im Großen und Ganzen ist sie fertig. Und ich wollte mit euch einfach mal hier durchgehen in einem kleinen kurzen Video. Das ist mein kleines Anliegen, weil ich finde die Homepage ist sehr gelungen, ist mal was Besonderes und ist auch ein bisschen was anderes. Ich tue da einfach mal durchscrollen. Hier stehen so ein paar Sachen zu uns drin. Wir sind dein kompetenter Partner, wenn es um das Wohnmobil kaufen, mieten und umbauen geht. Dann haben wir hier ein paar Produkte als Muster, als Beispiel, was man alles haben kann. Wir vertreiben Liontron, wir vertreiben Tournee, hier der kleine Eingang bei uns in der Firma. Dann haben wir das Thema Solbio, was uns ganz wichtig ist, weil wir hier unwahrscheinlich die Umwelt schonen. Hier haben wir wieder einen kleinen Auszug passend zur Jahreszeit. Mit einem Tournee, der winterfest ist, nicht nur wintertauglich und somit auch wunderschön oder wundergut geeignet ist, um eben Winterurlaube zu machen. Hier sehen wir, wie im Tournee gekocht wird und wie man den Tournee bepacken kann. Also echt tolle Impressionen, schöne Bilder. Dann scrollen wir weiter nach unten. Hier kommt ein kleiner Auszug aus unserem Shop. Auch hier ist es so ein Band, wo immer durchläuft, mit verschiedenen Artikeln. Die sind wild durcheinander gemischt. Bitte nicht bewerten, das sind nur Auszüge. Und wo man dann in den Shop tatsächlich reingehen kann, um sich dementsprechend was auszuwählen, wenn man das möchte. Hier haben wir den Eintrag für unseren Newsletter, den wir versuchen mindestens einmal im Monat zu streuen, beziehungsweise loszuschicken mit Neuigkeiten, mit Empfehlungen, mit Produkten, wo auch wir wirklich überzeugt sind davon. Und euch als Camper wirklich weiterbringen und weiterhelfen können, ist für uns ein ganz wichtiges Thema. Dann haben wir hier unsere Neufahrzeugvorstellung, weil wir ja neue Wohnmobile auch haben, eben in Form vom Tournee. Und dazu auch hier eine Rubrik, wo wir dann hier oben auch nochmal drauf kommen für die Neufahrzeugeanfrage. Dann haben wir natürlich auch noch unsere Wohnmobilvermietung, die wir sukzessive langsam aufbauen. Auch hier haben wir dementsprechende Anfrage als Textfeld, wo man ausfüllen kann. Ich finde auch die animierten Bilder, wo unsere Werbeagentur gemacht hat, echt toll. Die wurden speziell für uns gezeichnet und animiert. Also eine ganz tolle Sache. Das haben wir uns auch richtig was kosten lassen, weil wir gesagt haben, wir wollen eben andere Wege gehen und auch da ein bisschen anders sein wie andere. Dann haben wir hier unten natürlich die wichtigsten Daten. Unsere ganzen AGWs, Vermietungen, Datenschutz, Impressum und so weiter, Widerrufsrecht, was alles wichtig ist. Hier kommt man auf mein Konto. Hier hat man auch die Möglichkeit einer Wunschliste, Warenkorb und Shop kann man hier nochmal dementsprechend auf sein Konto anklicken. Dann haben wir hier den Service. Das sind unsere Hilfestellungen, FAQs, Hilfestellungen, Zahlung und Lieferungsbedingungen und dann unsere ganzen Videos von unserem Videokanal auf YouTube. Ganz oben rechts haben wir hier auch gleich den Verweis auf Facebook, Instagram und YouTube. Hier haben wir den kleinen Warenkorb. Gerade befindet sich natürlich nichts im Warenkorb. Dann haben wir, jetzt klicke ich mal drauf, dann dementsprechend unseren Shop. Zack. Und hier haben wir schon etliche Produkte drin. Es sind noch nicht alle Produkte drin. Aber es sind schon die meisten und die wichtigsten Produkte drin. Kann man natürlich hier seitlich einmal auswählen mit einem Filter, was man möchte. Also Accessoires, Elektronik, Gas und so weiter. Dann hat man hier natürlich auch noch die Möglichkeit, den Preis zu fixieren. Ich suche nur Artikel bis 899, wie auch immer. Und dementsprechend funktioniert das ganz gut. Ich klicke jetzt hier einfach auf Elektrik und dann kommen die ganzen Thematiken, was die Elektrik betrifft. Unsere Lithium-Akkus, Kladen, Lautsprechersystem, Wechselrichter oder Kabel, was ganz wichtig ist. Und da kommen auch jeden Tag immer neue Artikel rein. Bloß bitte gebt uns da noch ein bisschen Zeit. Der Shop wird immer weiter ausgebaut. Der Shop ist noch nicht perfekt, aber wir arbeiten dran und es wird täglich mehr. Schön finde ich auch die Rubrik Spiel und Spaß. Da sind ganz tolle Sachen drin. Das wählt meine Frau immer aus. Also wirklich tolle Geschichten. Bücher, Kinderspiel-Sachen, Kuscheltiere, alles was man halt so entsprechend möchte. Was für ein Urlaub schön ist, wo man die Kinder bespaßen kann. Kleine Taschenspiele, Taschenbücher und weiß der Kuckuck was alles. Also richtig tolle Sachen. Und auch was Outdoor betrifft, da haben wir ein paar Artikel drin, wie in Form von Taschenlampen, Schlafsäcke und so weiter. Auch hier noch jede Menge mehr. Das gehen wir jetzt nicht im Einzelnen durch. Also hier würde ich mich freuen, wenn ihr auch mal was sucht und ihr klickt hier durch. Sind wirklich interessante Produkte drin und wird auch immer mehr. Dann haben wir natürlich unsere Caravan-Vermietung. Gehen wir hier mal drauf. Da sehen wir dann schon unsere Fahrzeuge, die wir in der Vermietung haben aktuell. Da kommt jetzt dann bald wieder einer dazu. Und einfach das Fahrzeug entsprechend anklicken. Dann sieht man das Interieur, also Bilder, wo wir dann das Fahrzeug auch im Inneren anschauen. Hier in der Großaufnahme, wenn man drauf geht. Von außen und so weiter. Dann gibt man hier sein Datum ein und füllt das Ganze aus. Und kann das Ganze im Warenkorb legen. Dann erfährt man den Gesamtpreis und kann es auch, wenn man das möchte, schon buchen. Und fixieren, damit dann keiner mehr das Datum wegschnappt. Hier unten dann noch entsprechend eine Beschreibung, um was für ein Fahrzeug das es sich handelt. Oder beziehungsweise noch weitere Artikel aus dem Shop, sprich weitere Fahrzeuge. Ganz tolles System. Und hier haben wir dann noch unsere Neufahrzeug-Seite mit Tournee, wo wir die Neufahrzeuge anbieten. Hier haben wir mal schöne Tournee-Van und verschiedene Farben drin. Wenn wir jetzt hier so ein Tournee mal anklicken, dann erfährt man auch noch wesentlich mehr über das Fahrzeug. Weil dann die ganzen Fakten, beziehungsweise Herkunft und das Erlebnis über Tournee mit technischen Daten. Und wenn euch dann wirklich was interessiert, hier gerne ausfüllen und senden. Dann bekommt ihr auch gern unverbindliche Angebote, beziehungsweise kann man Kontakt aufnehmen, um eventuell das zu besprechen. So, hier rechts haben wir vier Vierecke. Das ist unser Menü. Da können wir dann auch noch weitere Punkte finden, wie zum Beispiel unser Service, unsere Marken. Das sind ganz wichtige Dinge. Und über uns. Wenn wir hier mal draufdrücken, Umbauten und Nachrüstungen. Da steht jede Menge Text drin, was wir alles tun, was wir alles machen. Da kann man sich einen groben Überblick verschaffen von den Dingen, die wir alle anbieten. Und auch kleine Montagebilder von Solaranlagen, was wir schon alles gemacht haben. Die Bilder werden jetzt demnächst gleich wieder erneuert, weil schon viele wieder dazukommen sind und ergänzt. Genauso kann man sich hier informieren über uns selbst. Da ist eine kleine Story drin, wer wir sind, was wir machen, wo wir herkommen und warum wir das Ganze machen. Dann haben wir natürlich Kontakt- und Öffnungszeiten. Das ist natürlich auch ganz wichtig, damit man weiß, wo und wie man uns erreichen kann und auch dementsprechend Nachricht zukommen lassen kann. Auch das ist machbar. Oder hier gleich die Landkarte mit Google Earth, wo wir uns hier befinden und dementsprechend uns auch gleich jeder finden kann. So, jetzt gehen wir in die nächste Rubrik, Reparaturen oder Folierungen. Zum Beispiel, auch hier arbeiten wir mit einem guten Foliertechniker zusammen, der unsere Folierungsarbeiten übernimmt. Und unsere Markentournee hat man schon gehabt. Frankana ist unser Großhändler, wo wir unsere ganzen Zubehör-Shop-Artikel und so weiter bestellen. Dann haben wir auch noch unsere Seite Solbio. Von so wichtigen Produkten wie Solbio haben wir auch dementsprechend eine ganze Seite mit eventuell wie hier einem Video-Verlink drin, weil wir das einfach für wichtig empfinden und weil das ein wahnsinnig tolles Produkt ist. Genauso wie auch unsere Cinderella-Verbrennungstoilette. Hier steht jetzt nur Text, weil das halt auch wichtig ist, damit man weiß, was die kann, was die tut, diese Verbrennungstoilette. Dann haben wir Goizol, das ist ein Hersteller, der Camping-Geschirr, nicht explizit Camping-Geschirr, aber sehr 100% recycelbares, sehr leichtes und sehr attraktives Geschirr anbietet und Behältnisse, gerade im Küchensektor. Natürlich, unsere Lithium-Batterien dürfen nicht fehlen von der Firma Liontron. Hier haben wir eine extra Seite machen lassen von den ganzen technischen Aufwendungen, technischen Daten, damit man hier ein bisschen was rauslesen kann, um eventuell Entscheidungen zu treffen und so weiter, bis hin zur App-Download-Möglichkeit, damit man auch hier alles gebündelt auf einer Seite hat. Dann haben wir hier nur die Informationen von der Hilfestellung. Also, wenn wir hier mal reingehen in Hilfe, da kann man dann zum Beispiel, was bringt mir ein Ladebooster, kann man eine Klimaanlage im Wohnmobil autark verwenden und, und, und. Hier werden dann verschiedene Dinge erläutert. Auch das ist stetig am Wachsen, um dass ich hier immer mehr Fragen beantworte, die auf mich zukommen und die auf uns zukommen. Was wir nicht wissen, wir wissen immer jemand, der es weiß. Dann wird sich erkundigt bzw. recherchiert, damit wir euch da auch immer weiterhelfen und immer auf dem neuesten Stand halten von allen Dingen, wo so auftreten. Und wenn von euch immer wieder neue Fragen kommen, wo ich sehr dankbar darum bin, werden wir die auch dementsprechend immer beantworten. Und dann haben wir natürlich auch noch einen genialen Reiseblog. Da würde ich mich auch freuen um eure Mithilfe. Was heißt Mithilfe? Um eure Teilnahme. Weil ich finde einen Reiseblog richtig interessant. Wenn man möchte, dass man verschiedene Orte, wo man mal war, auch an andere weitergeben möchte. Und dass sie vielleicht auch die Möglichkeit haben, das zu besuchen oder hier mal auszutauschen. Wie zum Beispiel hier. Dann kann man einen kleinen Bericht schreiben. Muss nicht viel sein. Und ein Bild reinhängen. Das wäre schon sehr hilfreich. Hier hat schon jemand einen Bericht reingehängt von der Ostseeinsel auf Rügen. Also wunderschön. Reicht ja ein Bild. Wunderschön. Und dann einen kleinen Text und einen kleinen Reisebericht davon. Finde ich schon toll. Also das ist auch ein ganz großes Anliegen von uns, dass der weiter wachsen wird. Und das wäre unheimlich schön, wenn ihr da mitmachen würdet. Und euch hier Sache jetzt einfach einmal mit beteiligen könntet. Ja, was haben wir noch? Dann haben wir natürlich auch noch die Seite unserer Videos. Hier finden wir auch alle Videos von unseren ganzen Einbauten, Umbauten und unseren Videos, wo wir alle hier schon gemacht haben in unserem Shop, auf unserem YouTube-Kanal. Kann man hier auch nochmal gebündelt sehen und sich aussuchen, was man anschauen möchte, wenn man was Spezielles sucht oder wenn man einen speziellen Bericht sucht. Und da versuchen wir immer wieder auf dem Laufenden zu bleiben und immer weiterzumachen und uns auch nur zu verbessern, um dass wir euch auch immer mitteilt und mitteilen können, was hier alles in Dingesbühel bei uns passiert oder was auch Neues gibt, was für euch interessant sein könnte. Jo, dann sind wir hier eigentlich schon durch. Natürlich unsere Anschrift da unten noch. Hier haben wir unseren Trusted Shop. Da freuen wir uns auch immer auf Bewertung, wenn alles gut gelaufen ist. Natürlich immer ehrlich und immer so, wie es sein soll. Da werden wir auch von Trusted Shops gerade bewertet, damit wir hier das Symbol auf unserer Homepage machen dürfen, was ich ganz wichtig finde, weil die unsere Homepage auch geprüft haben, um dass die auch entsprechend die ganzen Kriterien erfüllt, dass man da teilnehmen darf, wo uns auch jeden Monat natürlich Geld kostet, weil da auch noch Versicherungen für den Endverbraucher dranhängen und so weiter. Aber ganz tolle Angelegenheit und eine ganz tolle Sache für den Endverbraucher, für den Shopkäufer, damit er weiß, wir sind kein Scharlatan und kein Hinterhof-Shop, sondern wir meinen es ernst, wir wollen hier uns was aufbauen, euch was aufbauen und da geben wir uns auch allergrößte Mühe dafür. Ja, in dem Sinn haben wir hier schon alles abgekantelt, sind wir durch. Ich würde mich freuen, ich klicke jetzt mal wieder auf die Hauptseite. Würde mich sehr freuen, wenn ihr euch da mal umschauen wollt auf unserer Internetseite und vielleicht einfach mal durchklicken, vielleicht findet auch ihr was Interessantes, was euch gefällt und wenn Fragen sind, jederzeit bei uns anrufen beziehungsweise per E-Mail schreiben, per E-Mail eine Anfrage starten oder wie auch immer. Wir sind da, wir beantworten und geben uns alle größte Mühe, das alles zeitnah zu bearbeiten. In dem Sinn bedanke ich mich ganz herzlich. Das ist mal ein bisschen anderes Video, habe ich im Eingang schon gesagt, in eigener Sache und wünsche euch einen wunderschönen Sonntagnachmittag, auch wenn es heute wieder ein wenig geschneit hat. Aber naja, jetzt geht es ja dann langsam rauswärts und es wird der Frühling starten und dann können wir auch wieder fleißig mit unseren Wohnmobilen unterwegs sein. In diesem Sinn, bleibt bitte gesund. Über ein Abo und ein Like freue ich mich natürlich unwahrscheinlich, weil das auch alles neu für mich ist, ist auch alles schick und macht da wirklich Spaß. Und ja, in dem Sinn, bleibt gesund und wir sehen uns nächste Woche wieder mit einem schönen Einbau-Video, da freue ich mich schon drauf. Und alles Gute. Macht's gut. Tschüss. Joanne och Apples bee 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 Vielen Dank.